Willkommen zurück bei Kena Bridge of Spirits. Wir haben im letzten Part hier ein mehr oder weniger asozialen Bossfight erlebt, aber haben ihn geschafft, da diese kleinen Dinger, die da einmal gespawnt sind. Das war schon nicht so cool, aber wir sind hier oben in Adiras Schmiede, denke ich mal. Was ist mit dir? Was hast du gesagt? Ich habe mein Werkzeug gefunden, nur wo ich sie gelegt habe. Die sollten in Hand kommen. Oh, hallo. Nein, stopp! Ich wollte nicht runter. Wie weit runter gehen wir damit? Lol, wo bin ich jetzt? Waren wir da nicht schon? Ne, warte mal. Waren wir hier schon mal? Ne, es ist neu. Das ist neu. Okay. Alter, sehr viel Loots hier. Okay, ich sehe gerade, wir haben ein bisschen viel Karma. Heißt, wir können uns ein bisschen mal schauen, was wir upgraden können. Ich hätte eigentlich Bock, den Köcher noch zu erhöhen. Dann hätten wir den Bogen auch schon vor. Ja, Bogen machen wir. Okay. Wir haben ein Pfeil mehr jetzt. Nice. Papiermut, verstehe ich noch nicht ganz. Perfekter Angriff. Ja, irgendwann bestimmt ganz nice. Uns fehlen insgesamt nur noch vier Sachen. Dann haben wir alles. Das ist nice. Okay, wie komme ich jetzt wieder? Da könnte noch was sein. Weiß nicht, ob wir da schon waren. Obwohl, ne, da leuchtet noch alles. Da geht es noch was zu holen. Sehr gut. Kann leider im Schwumm meine Geschwindigkeit nicht beeinflussen. Aber wir kommen schon dahin. Ich bin jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber zu ein bisschen Loot sage ich auch nicht nein. Denn die Fähigkeiten helfen uns ja nur und behindern uns nicht. Deswegen nehmen wir es gerne mit. Auch das ganze Karma brauchen wir früher oder später auch noch für die restlichen Upgrades. Jetzt, äh, wäre es zwar nice, wenn hier eine Blume wäre, aber da kommt man nicht hoch. Okay, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Aber waren wir hier noch nicht? Wir waren doch hier bestimmt schon. Eingang zum Dorfherz. Finde einen Weg in die Dorfherz-Dorfherz-Höhlen. Okay. Dann muss ich da wahrscheinlich gleich wieder hoch. Gehe ich auch gleich. Ich muss dazu nur kurz außenrum schwimmen, weil hier kein Weg wieder noch nach drinnen ist. Okay, das... Oh. Ne, den Hutwagen da haben wir. Hier waren wir. Okay. Hier waren wir. Alles klar. Dann können wir jetzt hier zurück gehen. Obwohl, warte mal, das Haus hier. Was ist mit dir? Waren wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Ein Hut? Fragezeichen? Uh, ja, ein Rufus-Hut. Nice. Ochse, sorry. Die geben dem nicht mal einen Namen. Er hat doch auch Gefühle. Okay, ähm... Dann wieder den Aufzug hoch. Oh, hier war der Aufzug. Ups. Fast falsch gestanden. Okay. Hannah, wir kommen wieder. Währenddessen werde ich mal kurz was trinken. Perfekt. Okay, was haben wir hier so? Muss doch hier irgendwie reinkommen. Ach, come on. Ich soll da wahrscheinlich nicht rein. Hä? Hallo? Okay, da war ich gerade stuck im Boden. What the hell? Wo gehen wir hier lang? Einfach einfach nur runter oder was? Ne, kann ja nicht sein. Oh, oi. Hier ist einiges. Ah, schon wieder sowas. Hä? Sind wir nicht schwer genug oder was? Lol. Ich komme auch so hier rüber. Aber ich glaube, ich bin... Noch nicht schwer... Ah! Fuck. Soll ich hier noch nicht sein oder was? Weil die Rod haben ja da keine... Also die sind wahrscheinlich zu wenig. Ich denke mal Rod Level 4, weil da auch 4 Stufen waren. Na gut, dann halt ein anderes Mal. Hier kommen wir bestimmt nochmal hin. Hoffe ich. Und ansonsten auch nicht schlimm. So. Hallo. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Die Vogelzeichen brauchen ihre Hilfe, um eine neue Haus zu bauen. Es muss auch schwer für sie. Sie wissen, dass ich mir nicht so gut war. Interagieren? Achso, ja, stopp. Wo muss ich hin? Moment, ich muss kurz aus dem Ding hier raus. Die Richtung. Da sehe ich doch was. Okay, okay. Neuer Hut. Ein Ring. Heiligenschein. Heiligenschein. Ah, warte mal. Ich glaube nicht, dass mich das weiterbringt in Sachen und ist im Raum da drüben. Ne, ne, ne. Ach, fuck. Hätte ja klappen können. Warte mal. Fuck, okay. Nö, so soll es nicht gemacht werden. Aber irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Was ist hier? Ich bin sehr hartnäckig, ihr merkt's. Okay, geht nicht. Ähm. Ja, dann muss ich jetzt wohl nach... Ah, doch in diese Höhlen da jetzt. Alles klar. Dann warpen wir uns mal zur Rufus Scheune. Damit wir da mal ein bisschen näher dran sind. Jetzt müssen wir kurz schauen, wodurch. Ja, das war gar nicht so schlau. Ja, wohl doch. So dumm war es auch nicht. Hier lang, da vorne war es dann. Oder? Ja, da. Okay. Ich weiß, wo es lang geht. Perfekt. Aber ich hätte echt gerne oben diesen Raum da einkundet. Schade. Da komme ich irgendwie nicht rein. Ich hoffe, da ist was. Ah, ich will da hoch. Oh Gott, ich will da hoch. Zack. Hö. Hö. Schon besser. Alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Denken wir, das wird richtig sein. Denn wir laufen genau auf den blauen Punkt zu. Was ist hier? Not quite. brauchen hier noch Unterstützung. Und zwar so. Hö. Hallo? Ach so. Oh mein Gott. Last second noch geswitched. Oh. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich da was wechseln muss. Aber okay. Vergessen wir. So. Was haben wir hier? Hier wird doch nicht nichts sein. Wenn die hier schon einen Weg... Ah, guck mal. Nur ein Rückweg. Ernsthaft? Ja. Ah. Yes. Nice. Yes. Sehr gut. Meditationsplatz. Mehr HP für uns. Nice. Aber sonst ist hier nichts. Okay. Okay. Bam. Dann gehen wir mal... Zum Tor. Da oben ist was. Ich will dahin. Ich will sofort... Ah. Immer wenn ich was sehe, was schwierig zugänglich ist, will ich sofort dahin. Ah. Goddammit. Okay. Gehen wir halt erstmal hier rein. Irgendwann komm ich schon auch noch da oben. Uh. Ui. Das Dorfherz. Okay. Ähm. Wie kommen wir da runter? Achso. Hallo. Stopp. Hier ist Treppe. Oh mein Gott. Uh. Stopp. Achso. Hier ist Wasser. Oh mein Gott. Gar nicht gecheckt. Oh Gott. Jetzt wird wieder gefightet. Ganz weird hier. Okay. Okay. Was seid ihr? Ah. Nur die Lappen? Okay. Die können wir ja easy klatschen. Aua. Okay. Wir müssen weiterschwimmen. Hier ist noch was und was zum Looten. Und dann können wir gleich die Steine da vorne noch bewegen. Weil ich glaube... Weil da war ja auch noch eine... Ne, warte. Die Blume. Okay, warte mal. Kurz mal rausfinden, wie sich die Steine hier bewegen. Ach du heilige. Ähm. Ähm. Ne, hä? Ah, okay. So, ich dachte ich könnte mich hochkatapultieren. Aber klappt nicht. Okay. Komisch. Ah, das ist ein Rot. Ach, aber warte. Hä? Wait, what? Ich muss an die Blume. Ach so, warte. Ich habe wieder logisch Denken ausgeschaltet. Natürlich muss ich hier auf die Steine. Hm. Nun kann ich nämlich... Da ran. Und dann da hinten. An die Blume. Hell yeah. Und so kriegt man Rot. Zack. Hm. Okay. Okay. Fünf Stück fehlen noch. Jetzt muss ich mir noch kurz irgendwie überlegen, wie ich da... ...an das Zeug rankomme. Oder wie ich hier hochkomme. Oh mein Gott, wie laut. Ne, warte. Okay. Hä? Ich verstehe es nicht. Äh, lol. Wie soll man da raufkommen? Okay. Naja. Wir sind weiter. Verfluchte Truhe. Wir siegen den Holz. Oh! Der war einfach unsichtbar. Oh nein. Nicht wieder die kleinen Scheißteile hier. Nein, nein, nein. Und nochmal nein. Nein. Einfach nur nein. 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 Schön gewartet für sein... ...Kopf da... Okay, warte. Rothammer. Und noch einer. Fuck, 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 fuck. Ah, stopp, 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 stopp. Nicht cool. Und adios. Oh, fuck. Da habe ich kurz ein bisschen Herzlatter bekommen, als der einfach unsichtbar war. What the hell? Aber ein neuer Hut. Ist das Adiras Maske als Rot-Hut? Hanas Maske. Stimmt, das sah nicht wirklich wie Adiras Maske aus, aber okay. Alles klar. Oh! Okay, gut, perfekt. Hat gereicht. Langer Sprung. Aber hat gereicht. So. Boah, alles verdorben hier. Nicht so geil. Mal schauen, wo uns das hinführt. Wait, what? What the fuck? Wohin? Hier? Fragezeichen? Wahrscheinlich, ja. Weil hier ist Zeug zum Looten. Ähm. Und jetzt? So. Und jetzt? Da? Ja. Okay. Das hat alles Sinn gemacht. Das hat alles Sinn gemacht. Ich habe vielleicht da unten irgendwas vergessen, aber naja. Was soll's. Willkommen, Lovato. Okay. Oh, das sieht mir nach Bosskampf aus hier. Nein, stopp. Oh, das ist schon sus hier. Guck mal. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Warum hat er ab jetzt? 3, 4. Digga. Was ist los mit euch? Warum spawnen die immer wieder? Ich habe noch Bereinige zum Reinigen. Bereich, genau. Bereinige. Mhm. Weg mit euch. Heia. Zack. Weg mit euch. Wo noch? Da hinten. Wow. Simultan. Jawohl. Wie geil. Oh, der große. Oh, nein. Warte mal. Wie geht dieser andere Pfeil da nochmal? Ah, ich weiß wieder wie. Aber zu spät. Okay, fuck. Oh, Hilfe. Leute, wie viel Damage der macht. Yo. Ja, genau. So ging der Pfeil. Bogenmeister. Lass. Probier. Okay, warte, 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 warte. Ich nehme das hier. Und gebe ihm richtig. Oder auch nicht. Okay, jetzt wird es langsam Zeit für Heilung. Come on. Das macht richtig viel Damage. Komm schon, Rot. Yes. Der Rot-Esser wurde von den Rot besiegt. Get wrecked. Holy shit. Okay. 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 Das war ein nicer Kampf. Oh, was? Warte, was? Warte, was? Ach so, lol. Stimmt das nicht? Ach so. Okay. Bam, 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 bam. Ah. Lol, wie geil. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Ah. Gott. Einsammeln das Zeug. Hallo. Warum geht es nicht weiter? Okay. Oh mein Gott. So. Weg mit euch. Abschaum. Noch mehr von euch? Oh geil. Oh mein. Ganz ruhig. Dieses Rot verteilen ist eigentlich voll OP. Oh. Also nein. Der Pfeil, der sich auf mehrere Gegner verteilt. Der ist echt OP eigentlich. Sollten wir mehr... Oh Gott. Öfter verwenden, wollte ich sagen. Und tschüss. Bam. Weg mit euch. Weggeputzt. Ei. Aua. Das hätte nicht sein müssen. Aber egal. Wo sind wir? Wie lange dauert das? Wir mussten doch eigentlich nur zu irgendeinem Tor hin. Damit. Oh. Warte. Ah. Warte, warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ne. Okay. Schnell weg hier. Uh. Oh. Okay. Was auch immer das hier wird. Mit diesen drei Blumen. Ob es in Kampf wird. Keine Ahnung. Wir werden es im nächsten Part erfahren. Wenn ich sehe, geht es. Die Zeit ist wieder um. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal bei Kena. Beauty of Spirits. Beauty of Spirits.